In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ist das Sportheim des Sportvereins von Balingen-Rosswangen durch einen Brand fast völlig zerstört worden. Kurz nach Mitternacht war das Feuer von einem Passanten entdeckt worden, der dann umgehend einen Notruf absetzte. Trotz des schnellen Eingreifens der Feuerwehr Balingen, die mit 70 Einsatzkräften und 12 Fahrzeugen aus mehreren Abteilungen im Einsatz war, konnte ein Ausbrennen des aus Holz bestehenden Sportheims nicht mehr verhindert werden. Die Brandursache ist unklar. Der Schaden an dem nahezu vollständig zerstörten Heim beläuft sich nach den ersten Schätzungen auf rund 70.000 Euro. Beamte des Polizeireviers Balingen und des Kriminaldauerdienstes der Kriminalpolizeidirektion aus Rottweil haben die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Balingen unter der eingeblendeten Telefonnummer entgegen.